Ach, Cousin, weißt du, was mir irgendwie fehlt, Bruder? Mir fehlt Asi-Sagt, Cousin. Stell dir mal vor, ich würde Asi-Sagt einfach ein GTA machen. Wallah, es wäre krank. Weißt du was? Wir machen das einmal nach oben im Kopf. Steig ein. So, Leute, das Ganze wird gesponsert von Scarface RP. Oder Scarface. Und ja, Link ist oben in der Videobeschreibung. So, Leute, ich zeig euch jetzt mal was, was es so noch nie gab. Glaube ich, ich weiß nicht. Aber, Bruder, dieses Mal, Asi sagt's. Schaut mal nach vorne, das ist krank. Wallah, das ist krank, Cousin. Bruder, was geht? Ja, Dankeschön, Dankeschön. Hört auf zu klatschen. Hört auf zu klatschen, Linn. Hört auf. Ist okay, reich. Ich hoffe, ihr wisst alle, was Asi sagt. Ich erkläre es euch nochmal. Wenn ich sage, schießt auf ihn, seid ihr tot. Warum? Weil ich habe nicht Asi-Sagt gesagt. Wenn ich sage, Asi sagt, schießt auf ihn, dann habt ihr gewonnen. Wer verliert, wird erschossen. Also, ab drei macht ihr normale Position. Das heißt, keiner macht irgendwie Peace-Zeichen oder so. Oder Salud. Wenn jemand macht, seid ihr tot. Also, Asi sagt, es geht jetzt los. Wenn ihr was falsch macht, ist vorbei. Ey, du da hinten, hörst du mich? Wenn du mich hörst, mach mal die Hände hoch. Weil ich weiß nicht, ob das ankommt, meine Stimme. Okay, Gott sei Dank, gut gemacht. Okay, perfekt. Ey, du da hinten, hörst du mich? Mach mal die Hände hoch, wenn du mich hörst. Du, mach mal kurz die Hände hoch, wenn du mich hörst. Mach du da hinten die Hände hoch. Oh, danke, gut gemacht. Hä? Lann? Hä? Seid ihr dumm? Asi sagt, holt eure Pistole raus. Asi sagt, zielt auf die Person vor euch. Oh, mein Gott. Asi sagt, zielt auf den Kopf. Asi sagt, ein Schuss. Asi sagt, zielt in die Luft. Einen Schuss. Okay, perfekt. Sie hat geschossen. Noch ein Schuss, schnell. Wer hat geschossen? Hast du gesehen, wer geschossen hat? Aber da können wir wissen, so viele. Nachladen. Warum kommt der Arzt lang? Asi sagt, zielt auf den Krankenwagen. Asi sagt, schießt auf den Krankenwagen. Asi sagt, stopp. Ab drei schlagt ihr euren Kollegen kaputt. Der erste, der tot ist, hat verloren. Eins, zwei, drei. Hä? Stopp, stopp, alles gut, alles gut. Asi sagt, eins, zwei, drei. Digga, der im Auto hat gewonnen, Mann. Asi sagt, stopp. Asi sagt, stopp. Asi sagt, stellt euch wieder an eine Reihe. Hey. Steigt in den Kofferraum, los. Steigt in den Kofferraum. Behalt euch. Asi sagt, steigt in den Kofferraum rein. Asi sagt, jetzt hört mir gut zu. Was jetzt passiert ist, ich sag mal ein bisschen gefährlich. Ich werde jetzt gleich auf das Auto schießen mit meinen Kollegen. Und von Zeit zu Zeit werdet ihr weniger Zeit haben. Denn es wird explodieren und die werden alle sterben. Der erste, der raus, springt aus dem Fahrzeug. Er wird sterben. Aber dafür rettet er den Rest. Asi sagt, besprecht euch, wer der erste ist, der aussteigt. Die Zeit läuft. Also, Jungs. Jungs, ich mach das, ich mach das. Ich küsse. Er ist gut für meine Familie. Geht mal raus, geht mal raus. Ich küsse. Ich küsse ihm sein Herz. Ich mache jetzt Tür zu. Asi sagt, wer redet des Todes. Roland, die sind verrückt geworden. Der eine ist, der eine ist irgend so ein Ding geworden. Der ist Butter geworden. Aber sie sagt, einsteigen. Lack noch und steigt ein. Tür geht zu, es geht los gleich. Aber sie sagt, ich kriege das leider nicht zu. Deswegen fliegen wir mit offenen Dingen. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Oh, Monaco im Land. Sind die runtergefallen? Oh, was ist da? Ey, wir sind tot, wir sind tot. Warte, ich helfe euch. Hä, wir sind alle tot? Lebt ihr doch? Okay, das ist ein bisschen schief gegangen. Deswegen, es tut mir leid. Asi sagt, ihr geht jetzt auf Tanz. Asi sagt, ihr geht auf komischer Tanz. Aber noch nicht drücken. Ab drei tanzt ihr den komischen Tanz. Eins, zwei, drei. Asi sagt, ab drei. Eins, zwei, drei. Aha, da haben wir einen. Zu spät. Asi sagt, schaut mich an. Schaut weg, schaut weg. Asi sagt, schaut weg. Schaut mich an. Asi sagt, schaut mich an. Schaut weg. Hä, guck dir mal an. Er hat weggeschaut. Oh mein Gott, nein, er hat weggeschaut. Ich hab's gesehen. Bruder, wenn ich falsch liege, ich hab eine Idee, wie wir das machen. Asi sagt, stellt euch hier vorne eine Reihe auf. Außer er. Warum meine ich so ein bisschen? Asi sagt, macht die perfekt. Asi sagt, holt eure Waffe raus. Asi sagt, zählt auf ihn. Beziehungsweise Asi sagt, zählt auf seinen Kopf. Asi sagt, schießt. Oh mein Gott. Sorry, Bruder, Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal, der ist tot scheiß drauf. Weiter geht's. Asi sagt, die Hocke. Aufstehen. Asi sagt, aufstehen. Asi sagt, in die Luft schießen. Warte mal, was hat der gemacht? Hab ich in das Schuss? Hab ich nachladen gesagt? Hat hier noch jemand nachgeladen? Ne, egal. Alter, das ist echt schwer. Ich hatte sowas noch nie. Die sind richtig gut, Alter. Die stellen sich alle in eine Linie auf. Und du fährst mit Noto richtig schnell drüber. Und die, die überleben, kommen im Finale. Das hört sich doch gut an. Aber ich glaube, die werden auch verrecken. Nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, so drei überleben. Okay. Let's go. Ich lebe. Ich lebe. Der Lilan ist tot. Ich hab eine Idee. Asi sagt, stellt euch an. Ne, ne. Asi sagt, folgt mir. Folgt mir. Du, Kollege, bist zu seiner Mitte. Geh bis nach links. Sehr gut gemacht. Er hat's schon eingesehen. Warum redest du? Ah, egal. Ja, nein. Ja, ja, ja. Tot, tot, tot. Nein, nicht tot, nicht tot. Tot, nicht tot. Wer war das? Hendo. Ich weiß, wer das war. Er war's. Was ist das für ein... Boah, was ist das? Asi sagt, zieht auf das Hubflugzeug und schieß da drauf. Immerhin zu schossen. Asi sagt, seht ihr dieses Fein hier vorne? Asi sagt, die letzten drei, die es dahin schaffen, sind tot. Sobald ich schieße, geht's los. Oh mein Gott, die sind alle dumm. Er hat gewonnen. Ähm, okay, perfekt. Asi sagt, du bleibst stehen. Es gibt hier ein kleines Problem. Ich bin enttäuscht. Ich hatte nicht Asi sagt gesagt. Ja, deswegen, ich war so verwirrt. Ich dachte, ich wäre jetzt eigentlich tot. Du bist aber auch gerannt, oder? Ich bin gerannt, weil ich dachte, weil ich dachte, weil alle gerannt sind. Ich schwöre, heute war. Oh mein Gott, er ist auch gerannt. Oh mein Gott. Okay, rede, rede. Also, also, alle sind gerannt, weil alle gerannt, dachte ich, dass du Asiat gesagt hast. Dann habe ich aber einen neuen Text angefangen, nachdem ich gegangen bin. Aber ich bin der Letzte, der losgerannt ist. Deswegen habe ich eigentlich gewonnen, oder nicht? Eigentlich, theoretisch gesehen, hast du verloren. Aber ich war der Letzte, der losgerannt ist. Ich war quasi der Letzte, der verloren hat. Soll er gegen mich Stinks machen, Pistolenkampf? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Asi sagt, er legt eure Waffen weg. Nein, er muss gegen mich boxen. Asi sagt, wenn du gegen mich den Kampf gewinnst, hast du es geschafft. Oh, Tüch. Hol ihn, Bruder, was machst du? Nein, nicht mehr einscharten. Wallah, nicht mehr einscharten. Geil. Hä? Bruder, ich glaube, wir haben uns einen Urlaub auf jeden Fall verdient. Wohin geht es, ja? Es geht in die Türkei zurück. Ach, Bruder, ich war lange nicht mehr Urlaub machen, weißt du? Ich habe das vermisst, ich sage dir ehrlich. Man braucht es auch ab und zu mal. Groß Landebahn nach da vorne. Ich bin echt dumm. Wallah, Bruder, ich bin dumm, ja, Warak. Ja, Warak, ich bin echt dumm, Bruder. Haydi, Bismillah. Landebahn in Komi. Wo ist Landebahn? Ach, die ist doch hier bei Polizeirevier. Oh, ich bin so dumm. Was anzeige, was anzeige, Lernd? Nein! Creator Code Asi. Yallah. Beit hat da vor. Mann ab. Bis zum nächsten Mal. Ich bin sicher. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.